Ich muss jetzt in die Schweiz mein Schwarzgeld holen. Die Idee ist genial. Keine saukontrollierten Bus voller Behinderter. Machen wir so? Haben wir keinen Stress. Den will ich haben. Das ist aber ein Agostini. Sehen wir aus, als hätten wir Geldprobleme? Oh Gott. Scheiß auf die Avengers. Scheiß aufs A-Team. Wir sind die Goldfische. Die Goldfische im Kino.